Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Volker Bösch. Ich verbinde mit der Deutschen Einheit vor allem ein sehr viel interessanteres Leben für mich. Ich konnte mir meinen Lebenstraum verwirklichen, dass Berlin meine Insel wird entpuffiert. Das wäre sonst so nicht möglich gewesen und ich also ich komme aus Stade und Berlin war ja vorher eine Insel und ich möchte auch, dass wir zukünftig in jedem Platz in Deutschland die gleichen Möglichkeiten haben. Also Berlin ist nach wie vor für mich eine lebenslöse Stadt, Deutschland auch. Es gibt so viele schöne Ecken und wir müssen nicht immer unseren Urlaub im Ausland verbinden. Das geht auch in Deutschland hier sehr sehr gut. Ich wünsche mir, dass die Menschen die Lebensqualität in Deutschland mehr zu schätzen müssen, als sie es bisher zu setzen. Das merkt man ja auch in den Umfragen, die ja überhaupt nicht, die ich nicht so nachvollziehen kann. Und das merkt man ja auch in den Umfragen. Ich wünsche mir, dass sie jetzt das, was es gut ist. Ich wünsche mir also ein bisschen, dass sie ein bisschen und suspensionen sind. Und ich wünsche mir, dass sie jetzt gleich ein bisschen ausgefangen haben. Und ich wünsche mich nicht mehr, dass die Menschen, die in Deutschland auch nicht zu haben. Und ich wünsche mir einen행, wo er das limitingste, auch wenn sie eine Verkaufmutter im